Herzlich Willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge OPA ZOCK FAKTORIO Wir machen hier unten grad Speed Module Da scheitert es aber an grünen Schildkreisen Massiv an grünen Schildkreisen Grüne Schildkreise kommen nicht, weil kein Eisen da ist Das heißt wir müssen uns jetzt darum kümmern, dass wir jetzt unsere Eisenproduktion hier wieder in Gang bekommen Da kommt ja von hier oben nur noch temporär was Im Endeffekt ist das jetzt noch die letzte Kiste die ausgeladen wird Weil ja mittlerweile alles über die Schmelze läuft Das heißt wir müssen die Züge finden Vor allem im Erzzug Oh das ging einfach Schmelze Der fährt schon gar nicht mehr unten an Eisenplatten Ausladung, das muss raus So, du hier Stopp Hauptbahnhof Abgelung Eisenherz Richtig Richtig Falsch Falsch Oder doch richtig Wie viele Züge haben wir aktuell am Laufen Wir müssen jetzt mal die Strecke abfahren Ich meine es waren noch nur zwei Ach man ey Ach man ey Ach man ey Da steht noch einer Was machst du hier Was machst du hier Und machst gar nichts Okay HWF Pax Nehmen wir den gleich mal um Also das heißt wir haben da oben schon einen Zug stehen Hier fährt überall nirgends wo einer In der Schmelze steht auch niemand Dafür stehen hier zwei Hier unten drin steht niemand Ich hoffe unser Spiel reicht überhaupt noch so lange Und hier oben steht alles still Gut, das heißt wir haben nur die beiden Züge Habt ihr diesen Fahrskill gerade gesehen? Wie sieht das mit Roboport Abdeckung aus? Die ganze Strecke hier ist im Bereich drin Da kriegen wir gerade ein bisschen Besuch Pass auf ich parke mal hier Weil wir Hier ein bisschen umbauen müssen Hier ein bisschen umbauen müssen Das muss weg Haben wir genug Bauroboter? Jawoll sind alle frei Dann kommen wir ran hier Wir stehen da Wir stehen da Was haben wir denn für eine Eigentlich brauchen wir den hier Eigentlich brauchen wir den hier Setz mal hier bitte Ich helfe Ich helfe euch mal schnell ein bisschen mit Indem wir den setzen Ich setze den euch Ich setze euch den hin Und ihr den setze ich auch schon mal hin Und ihr braucht noch einen Stromanschluss nach hier hinten Die müssen auch alle weg Die müssen auch alle weg Das mache ich selber Weil der muss hier noch raus Wir brauchen den hier Der muss da weg Der muss abgebaut werden Der muss abgebaut werden Und dann muss nämlich hier Noch einer hin Das geht nicht weil Oh oooh Weil das hier auch alles weg muss. Stromanschluss, Stromanschluss, der Anschluss. So, ihr lädt hier auf, das passt, Licht haben wir auch, das passt auch, dann können wir hier jetzt schonmal uns an dieser Strecke warten. Weil diese Strecke hier kommt jetzt komplett weg. Die gibt es doch nicht mehr. So, es sollten lieber Roboter hinbekommen. Da kommen sie auch schon. Wie viel haben wir noch verfügbar? 400. Ne, das lassen wir lieber noch kurz. 2 Turrets, wieder da unten. Sollte passen. Aber ich sehe, dass wir hier vorne auch ein kleines Problemchen haben. Weil der Drill hier leer ist. Das heißt, die ganze Geschichte hier kann auch weg. Oh, wir kriegen gerade einen dicken, fetten Angriff rein. Wo genau? Wo genau? Wo genau? So. Genau, dann haben wir nämlich hier auch schonmal einen kleinen Schutz. Wegen der Mauer. Wegen der Lasertürm. Und dann können die uns von hier oben nicht mal so gefährlich nahe kommen. Mittlerweile sind die auch schon relativ zügig dabei. Logistik, so. Speed. Ja. Fortschmer Speed. Ja. Fortschmer Speed. Geht richtig rund hier gerade. Und es sieht auch fast so mal aus, ob sie den Bluepoint einhalten können. Aber lass ich mich mal überraschen. Ja, die Schienen hier vorne. Die Schienen sind alle fertig. Hierfür noch ein paar Mauern. Die da oben gerade kommen. Ah, die wollen sich erstmal aufladen. Genau, das sind jetzt hier die letzten Mauern. Da, da, da. Passt. Alles erledigt. Super. So, dann könnt ihr mir mal helfen. Hier ein bisschen Platz zu schaffen. So ziemlich genau das hier alles. Wo bringt ihr das hin? Da kommt die riesengroße Holzfeldarmee. Mal gucken, wie schnell das geht. Einmal rüber. Wenn ich mir überlege, so der Anfang. Wie lange das gedauert hat. Ich glaube, hier haben wir es gerade frei. Doch. Doch. Wir haben genug frei. So, ein Anschluss dort. Und hier sind wir dann soweit, dass wir verhandeln müssen. Scheint so. So. Ähm. Weil hier. Der noch nicht dran ist, weil ich den noch nicht wechseln konnte. Das heißt, das kann auch weg. Dann kommt der nächste Bluchwind. Nach dort. Scheint auch noch alles da zu sein. Aber so. Oder in die Richtung. Das hier kann immer alles weg. Mauern habe ich nicht dabei. Landfill brauche ich gerade nicht. Ähm. Bringt mir mal bitte ein Stack Mauern. So, soll ich euch hier mal wieder unter die Arme greifen? Ein bisschen zu tun müssen wir auch haben, ne? Vor allem, da haben wir nämlich hier auch den logistischen Anschlussbereich. 400 haben wir übrig. Keine Rohstoffprobleme. Ne? Ne? Ja. Und dann sind die Rohstoffprobleme. Ne? 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 So, oh, das stimmt. Hier gehen wir bis nach dort, bis nach dort, und hier auch. So, was wird ich abholen? So, mehr oder weniger. Wir brauchen jetzt hier so einen kleinen Anschluss. Dann müssten wir auf... Erstmal auf diese Bahn hier kommen. Wir müssen das überhaupt mit der? Und hier müssten wir auch weichen. Die Lampe da auch. Wo komme ich dann rum? Dann sieht das eigentlich ganz gut aus. Dann kommt hier noch einer rein. Da brauchen wir noch Signale. Hier kommt vom Hauptbahnhof. Das ist die Hochfahrstrecke, das ist die Runterfahrstrecke. Hochfahrstrecke, Runterfahrstrecke. Hier kommt von dort. So, da kann ich noch nichts reinsetzen. Da fehlt noch, da fehlt noch, da fehlt noch, da fehlt noch, da fehlt noch. Welche Folge haben wir jetzt? 55, Folge 55 ist das schon. So, ich lasse das jetzt zwischen den Folgen hier fertig bauen. Und sobald es fertig ist, hole ich euch wieder zu. Und dann geht es weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, war der Opa. Und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dann, tschüss, tschüss.